Aber es hilft nicht dagegen, dass der fette Baum kommen kann. Ja, Pech gehabt, ne? Plant. Plant. Ah, schön krass, dass wir jetzt alles essen können. Ja, das ist schon... Das ist doch schon krass. Krass. So, mal ein paar Bärenbüsche ausstellen. Tu mal hier unten unten einen hinstellen. Komm. Komm, 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 Brusi, komm. Danke. Ich muss mal mein Gehirn hochmachen, indem ich umsammel. Oh, ich muss gleich mal was essen. Ach, dann ess noch was. Ach, ich kann gleich meine Baguettes essen. Meine Baguettes. Echt dunkel. Bumm. Jo, lass mir dunkel werden. Tu mal oben halt noch ein bisschen einsammeln. Naja, mach mal. Und nackst erstellen. Wenn wir schnell die Musik wechseln, dann, ne? Ah, ich find's aber gut. Ja. Dö, 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 dö. Ah. So. Dö, 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 dö. Ach, ne Schaufel, die hab ich noch. Ich tu mal ja unser... ...gefield immer ein bisschen hier ausräumen. Oh. Kann das sein, dass wir die Scheiße jetzt auch essen können? Ja. Irgendwas wollte ich grad rausnehmen. Oder nicht? Okay, du machst schon Feuer. Ja, ja. Leidungsfeuer reicht. Ähm. Was wollte ich denn rausnehmen? Scheiße, ihr hat da irgendwas grad im Kopf? Ach, ich wollte ja... Ach, die Samen wollte ich rausnehmen, genau. Ach, laber nicht. Als Maul. Äh, es ist dunkel. Boop. Das ist denn eine Drachenfrucht? Jo. Eine Drachenfrucht. Ja. So. Was mir generell eigentlich neu ist. Hm? Dass wir generell alles neu haben. Ja, wir haben wirklich viel neu, also... Schon okay. Lager hat das wir auch noch nicht gebaut, ne? Ne, so ein Stormkeller, das dauert. Stormkeller? Ja. Was ist das denn für ein Holz, oder was das da ist? Ja, da brauchst du... Ich glaub ich drei Holz, oder so. Nein, nein, das ist... Irgendwie in so einer anderen... Ja, ja, da brauchst du aber drei... Drei von den Holzplanken, damit du so ein Ding herstellen kannst. Oder zwei Holzplanken. Okay. Ich glaub ich bei Strukturen, oder so. Hm. Ich wollte mal unser Gebiet hintenrum mal ein bisschen hier... Ja. Ein bisschen hier ordnen. Damit wir nicht mehr Platz haben, wenn wir alles ausstellen können. Ich werde nicht nur ein Ding hier stehen, aber ich will ja vielleicht drei, vier ausstellen gleich. Ja, klar. Fischen müssen wir da mal gucken, wie wir fischen dann, gehen. Was hatten wir ja noch. Fischen geht in den Teich. Ja. Dann haben wir noch... Kescher. Wo hat der denn nochmal zu bauen? Packnetz, zwei Stück. Packnetz. Ah, da geh ich mit. Ah, Abigail ist wieder ready. Ich muss gleich... Wenn ein Kaninchen ready ist, sag bitte Bescheid. Ja. Nimm da unten ein Ding, siehst du es dann... Geht auf den Vogel? Ne. Vogel kann ich nicht freilassen. Also kann... Ja, Kaninchen muss ich hinsetzen und schnell töten. Kaninchen ist da. Okay, dann hole ich mir gleich. Vogel habe ich schon getötet, den. Ah, ich tue mir ein bisschen aufräumen nach dem halben Tag. Mach das. Damit wir ein bisschen mehr Schutz haben. Wir können auch so, dass wir uns hinten unsere Häuser vielleicht nochmal umstellen oder so. Oder irgendwo den Eingang irgendwo anders hin machen. Ja, wir müssen schauen. Weil wenn wir jetzt die Bären zum Beispiel einzäunen, dann können wir vorne hin den Truthan abschlachten zu zweit, wenn wir gerade die Bären einsammeln. Okay. Damit halt der Truthan nicht unsere ganzen Bären frisst. Ja, klar. Und wir halt Fleisch hätten. Haben wir nicht, gibt's noch nicht Bumerang? War doch so, ne? Ja, aber der ist kacke. Der ist wirklich scheiße. Kannst du keinen Truthan damit treffen? Hm, weiß ich nicht. Habe ich ihn nicht ausprobiert. So. Jetzt muss ich mal wieder was verkochen hier. Schon wieder so viel Zeug hier drin, ne? Na ja, und als wir die Mods ausprobiert haben, haben wir erst mal ein Kind, hat Flashes von voll rum gescheatet. Ja, gut. Das ist ein Test-Server. Ja. Peter. Habe ja halt nur ein paar Cheats, also... Cheat-Mod reingemacht. Ne, damit das ein bisschen schneller geht. Ja. Und schnell nicht laufen. Das war aber gut. Hatte ich ganz geil, so schnell zu laufen. Ähm, Speer habe ich in der Tasche schon mal. Super. Achso, das kann ich wieder verbauen. Die ollen Büsche. Holz hatte ich jetzt da in diese Firepit-Kistin getan. Und Tannenzapfen. Boah, 82 Stück schon wieder. Okay. Da haben wir so viel Zeug davon. Hm. Wo ist der Hase? Da hinten ist der Hase. Vor allem, das ist ein Stack, das konnte man ja auch noch höher setzen. Aber, ich glaube, was haben wir eingestellt? 100? 99. Oder... Oder 99 ist es dann. Was standardmäßig eigentlich ist. Bei vielen Spielen 99. Ja, bei vielen. So meine ich das. So, Abigail ist wieder da, danke schön. Ja. Ja. Und nicht der Tekken, ne, Centos? Nö, nö. Das magst du nicht. Ja, wir müssen bald für Grasboxen und sowas statt Truhen hin einfach Kühlschränke bauen. Ja, ich habe auch schon Gras in Kühlschränke gesteckt. Ja, habe ich gerade auch schon gemacht. Achso, ich muss mal wieder... Alter, wie... Mein Essen ist so niedrig. Ja, aber meinst du auch so langsam wieder. Wie viel von dem getrockneten Fleisch haben wir denn eigentlich? Gibt das nicht mehr? Boah, wir haben sechs getrocknetes Fleisch. Okay, YOLO. Ja, mir bringt das viel mehr als dir. Ja, aber ich kann nicht immer darauf mit mir was kochen. Na, es geht. Aber ich glaube, das hält länger. Ja, ja. Was brauchen wir denn noch? Einen Speer brauchen wir nicht? Einen Speer brauchen wir das Fleisch, das hat länger haltbar. Mhm. Und so, ich mache erstmal eine Fackel noch. Und? Mach mal. Ich stelle mir noch ein paar von den Zweigen auf. Weil die werden uns im Winter total retten. Ja. Ja, diese Zweige definitiv. So, ein bisschen Essen habe ich mit, aber ich unterwegs finde ich bestimmt noch was. Das habe ich mit Fackeln, habe ich zwei Stück. Und da... Eine Axt zur Not. Und ein paar Blümes sammle ich schon mal ein. So, Ewegell. Wir beide gehen jetzt mal unten zu den Kaka-Leuten. Und zu den Spinnen. Ja, was denn? Du bist behindert. Nö. Und vielleicht noch... Meine Rüstung habe ich mit. Und Speer könnte ich zur Not noch bauen. Nein, kann ich nicht. Dazu brauche ich Wobes. Wob, wob, wob. Aber das mache ich jetzt. Dann habe ich wenigstens noch einen Ersatz. Speer. Dann bin ich eigentlich ganz gut ausgerüstet für den halben Weg hier. Ja, ja, ja. Jetzt gucken wir mal. Das ist wieder ein True-Tan. Komm, Abigail. Wir müssen los. Wir müssen noch Holz besorgen. Oh, mein Ohr juckt gerade tierisch. Weil auch. Hau ab, True-Tan. Hau ab, True-Tan. Das sind meine Bärenbüsche. Äh, so viel bringt mir das getrocknete Fleisch auch nicht. Ja, aber es ist halt länger. Mir bringt das auch nicht viel. 13 oder so. Aber es ist halt wichtig, dass man halt immer noch was Gutes zu essen dabei hat. Ich habe jetzt auch nur zwei Sachen zu essen. Mal eine kleine Sammeltruhe machen. Ja, kann man doch. Ah, guck mal wieder ein paar. Also ein Monster vielleicht. Ah, ich habe nur 130 Leben, okay. Ich dachte, da fährt doch mehr. Vielleicht. Dunkel, danke. Ganz Holzkunde, die ich besorgt habe, ne? Nee. Wir beide. Ja, soll ich mal wieder zum toten Wald gehen? Nö. Also noch mehr. Ding ist noch nicht abgerodert. Du stehst. Ich kann't do that. Warum nicht? Ich hätte doch auch rumgefackelt, als ich mit Geist durch die Gegend bin. Ja, das ist total heftig. Aber das war auf der anderen Map. Komm, wird wieder hell. Danke. Na, ich will jetzt den 60er Speer benutzen. Ja. Blumen. Na, Kackblume. Was ist das denn hier? Ach, ein Stein. Eine Kackblume? Aha. Ich kann nicht da. Ich kann nicht da. Und da. Ich kann nicht da. Ich kann auch mal'n das mal. Das war ja, ich kann da.